Dr. House ist einfach super. Ich finde Dr. House klasse, weil ich finde den Schauspieler halt toll. Der gefällt mir sehr gut. Und ich finde halt, was mir halt gut gefällt, ist, wie die miteinander umgehen. Das ist sehr realistisch, diese Art, wie die miteinander umgehen. Und was ich auch gut finde, ist, dass man sieht, dass jemand, der halt richtig eine Koryphäe ist wie er und so ein geiler Arzt ist, so ein guter Arzt ist, dass der nicht unbedingt immer freundlich sein muss. Und was mir auch gut gefällt, dadurch, dass der so unfreundlich ist, das macht ihn aber wahnsinnig sympathisch, weil er halt so ein toller Arzt ist. Also ich finde die Serie halt, und die ist sehr anspruchsvoll, abgesehen davon. Also manchmal verstehe ich auch nicht so richtig, worum es geht. Aber es ist eine gute, sehr anspruchsvolle, geile Serie.